So, hallo ihr Lieben, grüß man schon mal hier, Paterapeut bzw. Coach, Diplom-Sychologe und so weiter und so fort. Und ja, meine Arbeit findet ihr auf libyschip.de. Aber wir werden die Preise sehr spürbar anziehen müssen, so ab Mitte September ungefähr. Also nutzt noch die Zeit bis dahin. Und heute geht es um eine Dating-Frage vom Mann. Ja, geht nicht so richtig voran, sage ich mal, so Bettsport-mäßig. Und er fragt, was er da vielleicht falsch gemacht hat. Hallo Christian, mein Name ist Alexovic und ich bin rückwärts gedatet von 100 auf 0. Eins vorweg, lieber Christian, Mega-Content, man kann mal gar nicht mit Geld aufwiegen. Ja, ihr dürft mir ja trotzdem gerne Kanalmitgliedschaft lassen oder es gibt ja auch diese bezahlten Zangs oder wenigstens meinen Kanal abonnieren, meine Arbeit weitergeben. Ich unterstütze mich sehr mit. Mach weiter so. Nun zu meiner Frage, habe vor zwei Monaten eine Frau beim Weggehen unter viel Alkoholeinfluss kennengelernt und bin mit ihr direkt im Bett gelandet. Ist ja eigentlich erstmal schon mal super und ich meine, gut, Alkohol, ob das jetzt gut ist oder nicht gut ist, lassen wir mal so stehen, denke ich. Aber bist ja sozusagen schon gleich an der, also ein Homerun, wie man manchmal so sagt, schon gleich an der letzten Base angekommen und könntest da jetzt entspannt drauf aufbauen. So, wenn das jetzt so losgeht, dann hat man natürlich die Schritte vorher übersprungen. Das sage ich jetzt, weil du jetzt anfängst, was, glaube ich, ein Riesenfehler ist, die Schritte wieder von Anfang zu gehen, obwohl ihr schon, also, obwohl ihr schon an der letzten Base seid, wie ich das mal so sagen darf. Hab mich an einem Folgetag bei ihr gemeldet und sie gleich nach einem Date gefragt, worauf sie sich einliest. Also, als Mann aus Polaritätsgründen ist jetzt keine, ihr müsst es nicht so machen, aber ich meine, ihr guckt sowieso auf jeden Fall mal in meine Datingkurse rein. Aber ich kann nur sehr empfehlen, darauf zu achten, dass ihr einen Schnellbeyeffekt bei der Frau generieren wollt. Nicht, um die Frau irgendwie auszuspielen und so, aber weil es dann einfach besser funktioniert. Und dafür ist wichtig, dass ihr als Mann so ein bisschen laid back seid. Das heißt überhaupt nicht, dass man nicht zuverlässig ist oder dass man nicht auf Dates erscheint oder dass man nicht antwortet, überhaupt nicht. Einfach nur so ein bisschen laid back. Und jetzt, wenn du nach so einer Nacht könntest du zum Beispiel sagen, ach, war total schön, melde dich doch später mal. Also, dann ist sie schon, ähm, so, ist sie schon dran, sozusagen, mit sich melden. Und, ähm, ja, und, äh, du, ja, kannst dann warten, bis sie wieder so weit ist, dass sie mit dir Zeit verbringen will. Und dann meldet sie sich und dann, ähm, ja, sagt ihr, ah, war total schön, lass uns das nächste Date machen. Und dann geht's wieder genauso weiter, dann macht ihr das Gleiche wieder, ne? Ähm, und wenn sie sich nicht meldet, kannst du dich ja nach drei, vier Tagen nochmal melden. Ähm, wie sieht's denn aus? Würde ich wiedersehen. Ähm, ja. So, äh, seitdem haben wir Dates, wo wir ins Freibad geben, Kino, Wein, Film, Abend gemacht, jeweils immer maximal mit Küssen, damit sie nicht denkt, dass ich nur auf Indoor-Olympics aus bin. Ist ein Riesenfehler. Ey, du hast so einen geilen Start hingelegt und jetzt fängst du mit sowas an. Natürlich geht's beim Dating um Indoor-Olympics. Ich meine, dafür hat die Natur das gemacht, sorry. Dass, die Natur gibt sich da nicht so viel Mühe, wenn es nicht darum ginge, so. Und das wissen Frauen auch und jeder hat gerne Bettsport, ähm, sie bestimmt, sonst wird sie nicht mit dir treffen, du auch. Äh, und ja, eine Frau möchte auch verführt werden, die möchte nur, und das finde ich auch gut an dieser Frau, sie macht das nicht für dich. Du musst es machen, ne? Du musst sie, ähm, das ist auch schon so ein altmodisches Wort heutzutage, verführen. Also, dass du, äh, geschaltest das Date so, dass sie wieder im Bett landet und das machst du nicht und das fuckt sie ab, so, ne? Das kann ich dir sagen, das fuckt sie richtig ab. Und, äh, ja, wie macht man das? Ich meine, wie gesagt, das ist auch alles im Kurs drin, aber im Großen und Ganzen, ja, ihr küsst euch wieder und dann geht's weiter und dann, ähm, ja, arbeitet man durch die Klamotten durch und dann sagt man, ach, willst du nicht noch mit zu mir kommen? Und, äh, und dann geht's so weiter, ne? So, in dem Tempo, in dem die Frau das zulässt, äh, aber das habt ihr ja schon alles schon hinter euch, von daher machst du da echt Probleme, wo überhaupt keine sind eigentlich, ne? Und damit senkst du deine Attraktivität wirklich sehr heftig, ne? Hab ich schon durch Küsse und kleine Gesten nach zwei Monaten ein paar weiße Rosen mitgebracht, signalisiert, dass ich sie gut finde. So, dass... Also, das ist wirklich, das ist wirklich, Leute, das ist wirklich schlimm, ganz ehrlich. Das ist wirklich schlimm, das heißt, ihr habt seit zwei Monaten keinen Bettsport gehabt, also gerade, wenn ihr das schon hattet, dann datest du wieder und natürlich, und dann gehst du auch mit so einem Mindset hin, natürlich landen wir heute wieder im Bett und ich werde da alles für tun, ne? Weil dadurch schaffst du Verbindung, Nähe, die Frau fühlt sich begehrt, geliebt, äh, und stattdessen bringst du Rosen mit, wie in so einem beschissenen, rosa-munde-Pilcher-Film, das funktioniert so nicht. Also, du kannst dir Rosen mitbringen, wenn ihr irgendwie sechs Monate zusammen seid oder ich weiß nicht was, oder, äh, also zumindest der Laden läuft, vorher bringst du dir keine Rosen mit, ne? Das ist total abtörend, ne? Äh, äh, wir haben uns maximal drei bis vier Nachrichten pro Tag geschrieben, alle drei Tage mal telefoniert und uns von Date zu Date gehangelt. Ich kann sehen, dass du nicht machst, was ich in meinem Datingkurs sage, ne? Weil es steht ganz genau drin, wie du texten sollst, äh, wie du die Dates machst und das machst du offensichtlich nicht. Also, ich, ich meine, das Ding kostet noch 59 Euro, also investiert doch mal irgendwie einen Gegenwert von zwei Kinobesuchen und, äh, haltet euch einfach an dieses Skript irgendwie, dann gibt's diese Probleme nicht, ne? Ja, äh, es waren noch mal 2,5 Wochen oberstbedingt die Datingpause dazwischen, wo wir trotzdem normal geschrieben und telefoniert haben. Ähm, so, was macht das jetzt mit der Frau? Die Frau denkt, du willst nichts von ihr, die denkt, äh, und selbst wenn sie das denkt, denkt sie, irgendwie ist das wie eine Freundschaft. Und wenn du eine Frau nicht genug polarisierst und du nicht irgendwie, ähm, weiß ich nicht, irgendein berühmter männlicher Schauspieler bist oder ich weiß nicht was, äh, und du nicht, äh, sozusagen eine 10 plus bei ihr bist, dann willst du dich in die Freundschaftsecke stecken, das machen alle Frauen so, ne? Ei, 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 ei. Ich hab diesmal bewusst das Gas rausgenommen, wollte vielleicht nicht nie drüber kommen. Macht einfach genau das, was in meinem Kurs drin ist. Ganz stur. Äh, das ist immer eine Sache, die mich so quält, also ich kann ja verstehen, dass nicht jeder meine äußerst günstigen Online-Kurse kaufen will, aus welchen Gründen auch immer. Aber auch selbst wenn man die macht oder selbst wenn man nur die Videos guckt, stelle ich immer wieder fest, dass Leute, auch welche, die mir lange folgen, dass die einfach nicht das machen, was ich sage und dann sich wundern, dass die keine Fortschritte erzielen. Also ihr müsst wirklich, das ist ja wirklich total runtergebrochen bei mir auf ganz wenige Sachen, dass es wirklich leicht zu verstehen ist. Aber man muss es auch tun. Also wenn jetzt jemand sagt, ich komme über meinen Ex nicht hinweg, aber du bist nicht auf null Kontakt, da funktioniert es halt nicht so. Sie war auch leicht im Minus. Ja, aber da treibst du sie jetzt rein. Muss ich ganz klar sagen. Und hat es auch entspannt angelassen. Nun zur Frage, sollte man beim Dating nach einem One-Night-Stand anders vorgehen als man? Ja, natürlich. Du bist ja schon am Ziel gewesen. Du machst einfach das gleiche wieder. Hang out, have fun, hook up. Die ewige Regel. Rausgehen, Spaß haben, im Bett landen. Genau das, was du beim ersten Mal gemacht hast. Fucking simpel. Und du wirst immer das gleiche Ergebnis erzielen, weil sie finden dich ja auch am Anfang zumindest gut. Du gehst raus, ihr habt einen lustigen Abend, du wirst calm, cool, collected. Weiß ich nicht, ich sage ja immer so ein bisschen, darf man heute auch nicht mehr sagen, aber James Bond-Style, cool. Du weißt genau, wie der Abend ausgeht. Das ist dein Mindset. Warum sollst du dir Gedanken machen? Natürlich, werdet ihr wieder im Bett landen. Knutscht, du knutscht mit ihr. Was man dann halt so macht, was ich ja scheinbar auch gemacht habe. Man wird ein bisschen horny, es geht weiter, man geht nach Hause und die landet im Bett. Fertig. Aber nicht weiße Rosen und bloß nicht zu viel irgendwie so. Das ist sonst, also weiße Rosen würde ich nie machen, aber vor allem weiße. Also keine Ahnung, weiß nicht, was das für eine Idee ist. Aber langsam angehen lassen, wenn man noch gar nicht an der vierten Base war, irgendwie, okay. Aber so weiß ich beim besten Willen nicht, was das bringen soll. Wie soll man das mal vergleichen? Das ist, ja, 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 als wenn du zu irgendeinem Ziel einen Direktflug nehmen könntest und dann ist immer wieder irgendwie so ein Flug mit vier Stopps und da kann natürlich alles Mögliche schief gehen, ne? Dann wird das Koffer vergessen und dies und das und dann ist ein Streik und während du einfach direkt hinfliegen könntest, so, ne? Und was ich gut finde an der Frau ist, dass sie dir das nicht abnimmt. Sie sagt, das ist doch nicht meine Aufgabe. Er ist doch der Mann, der Grill kriegen, finde ich gut. Sie meinte zu mir, dass ich zu wenig Signale gesendet hätte und sie durch unseren frühzeitigen Deep Talk Leute, hang out, have fun, hook up. Klingt im Englischen immer so schön. Rausgehen, Spaß haben, körperlich werden. Ganz einfach. Wo steht da hang out, have extended Deep Talk über die Welt und politische Lage und Genderpolitik und ich weiß nicht was, have fun fällt aus und dann kommt hook up. Nein, das wird nicht passieren. Er hat eine Freundschaft, als er etwas sexuell Anziehendes gedacht hat. Man muss doch dazu sagen, dass sie aktuell wieder einen Schub in Bezug auf Panikattacken bekommen hat und gesundheitlich auch einige Baustellen hat. spielt überhaupt keine Rolle mal an sie nach. Das ist einfach eine ganz normale Frau und ja, sie hat auch noch irgendwelche Mental Health Issues. Ganz ehrlich, werde ich die heutzutage nicht. Ist ja auch nicht deine Baustelle, das muss sie sich drum kümmern. Du tätest sie ja erstmal. Jetzt fang nicht an so mit weißer Ritter und ich ja, ich helfe jetzt erstmal mit ihren Mental Health Problemen. Nee, erstmal willst du sie daten, das wollte sie auch. und du bist da am Weg jetzt so, ne? Also ich kann dir nur raten, wenn du überhaupt nochmal wieder eine Chance kriegst, dass du dann, äh, jetzt kann sein, dass es jetzt viel schwieriger wird, ne? Aber, dass du sie polarisierst, natürlich im Rahmen dieser Grenzen, die sie jetzt hat, die werden bestimmt viel mehr sein als am Anfang und, äh, dass du, ja, auf den Abschluss hinarbeitest, sag ich jetzt mal so, ne? Weil das fakt sie total ab, mit Recht, ne? Äh, war das Kennenlernen zu viel zum falschen Zeitpunkt? Nee, es war einfach zu wenig zum falschen Zeitpunkt. Oder habe ich ihn eher einfach nichts ausgelöst? Ja, das kann nicht sein, weil ihr seid ja in der Kiste gelandet. Ich bin ein sehr selbstreflektierter Mensch, aber ich habe das Gefühl, dass ich bei Frauen keinen gesunden Mittelweg aus Plus und Minus finde. Das ist kein Plus-Minus-Problem, das ist einfach, du bist einfach nicht in deiner Polarität und du denkst wahrscheinlich zu viel nach, anstatt dass du einfach machst. Sollst du auf diese Nachricht antworten, würde ich mich brachial sehr freuen. Ja, ich hoffe, freust dich jetzt immer noch brachial nach dieser kleinen Kopfwäsche, aber ich will dir da nur helfen, weil das ist wirklich total frustrierend, ey. Dann warst du schon soweit und dann machst du das, was wie so ein Rosa-Monopilche-Film macht. Leute, macht das nicht, macht das nicht wirklich. Aber ich schreibe mal ein neues Buch drüber. In diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder. Aив Within unas Hollow in